Wieder vor Zuschauern, die Straubing Tigers gegen die Grizzlies aus Wolfsburg. 2818 durften rein, darunter natürlich auch Paulchen und Resi. Zu Gast in Straubing Mike Stewart und seine Grizzlies, die von einem 5 zu 0 Auswärtssieg aus Augsburg direkt nach Straubing kamen. Auch das Team von Tom Pogel, gut in Form, 2 zu 0 Sieg in München mit Philipp Dietl erneut im Tor, der 17-Jährige, der ja so stark und zu 0 gehalten hatte. Der Auftakt von Straubing, perfekt. 55 Sekunden gespielt und Ian Scheidt schiebt gleich mal zur Führung ein. Eingeleitet von Mularat und Jason Erkerson, der wunderbar in den Raum hier legt. Und Ian Scheidt in den Raum hineingeht, oh, dass den Strahlmeier überwindet. In Unterzahl hatte Wolfsburg seine beste Chance im ersten Drittel, Gerrit Fausa. Aber auch hier Philipp Dietl zur Stelle. So also 0 zu 1 aus Sicht von Mike Stewart und seinen Grizzlies nach den ersten 20 Minuten hinein ins zweite Drittel. Und wieder ein guter Start von Straubing. Marcel Brandt mit einer Bogenlampe und am Ende TJ Mulek, der hier nachstaubt zum 2 zu 0. Schwer einzuschätzen, deshalb auch schwer zu halten für Strahlmeier. Pukulat dann wieder aus der Ausrüstung heraus. Und Mulek mit seinem vierten in dieser Saison, seinem 132. Tor in der Liga. Weiter Straubing. Die spielten defensiv so gut, ließen nur ganz wenig zu wie hier Gerrit Festerling. Aber wenn, dann stand da hinten Philipp Dietl mit seinen 17 Jahren, als hätte er noch nie etwas anderes gemacht, als in der DEL Pukst zu halten. Viele Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachten. So zum Beispiel die Zweikämpfe wie hier und die Abgezocktheit im Abschluss. Sandro Schönberger, Straubings Kapitän in der 28. Spielminute mit seinem zehnten Saisontor. Zum 3 zu 0. So viele Tore hat ein Sandro Schönberger in seiner Karriere. Und das sind immerhin 569 Spiele, bislang in einer Saison noch nicht erzielt. Dann DEL-Geschichte. Denn Sebastian Furchner zog los. Und Sebastian Furchner vollendete nach Zuspiel von Luis Schinko. Nicht nur der Anschluss, sondern das 300. DEL-Tor vom Wolfsburger Kapitän. Damit reiht er sich ein zu den Gründen Michi Wolf und Patrick Reimer. Die einzigen Spieler, die diese Marke in der deutschen Eishockey-Liga bislang übertroffen haben. Ein Fan der Grizzlies gab die Hoffnung nicht auf, auch für den Schlussabschnitt. Denn die Grizzlies hatten nochmal angekündigt, alles reinwerfen zu wollen. Starteten aber in Unterzahl in den Schlussabschnitt. Und das nutzte Straubing sofort aus. Nur 42 Sekunden gespielt und was für eine Kombination. Über Andi Eder, über Jason Erkesson und dann dieser wundervolle Pass von Mike Connolly. Und dazu der perfekte Abschluss von Travis St. Dennis zum 4 zu 1. Wolfsburg versuchte weiter Offensive zu kreieren. Aber Straubing so stark defensiv und dann der nächste Konter. Über Chase Balesi, 3 auf 2, perfekt ausgespielt. Und Balesi veredelt diesen Konter dann in der 53. Spielminute zum 5 zu 1. Irgendwie bezeichnet, stark abgefälscht. DETL aber da und in diese Situation hinein. Dieser Konter der Tigers, damit die höchste Auswärtsniederlage der Grizzlies in dieser Saison. Und Straubing feiert drei ganz wichtige Heimpunkte. Egal welche Zeit auf der Uhr steht, uns sollst du nicht abschreiben. Und sonst darfst du nicht abschreiben. Egal ob wir hinten sind, vorne sind. Das ist das, was uns ausmacht. Diese Kämpfermentalität und es immer nach vorne gehen. Und wie gesagt, wir müssen uns jetzt mal hinsetzen und darüber sprechen, was heute passiert ist. Aber danach abhangen. Ja, unfassbar. Also ich muss sagen, Hut ab vor der defensiven Leistung, was ich da gezeigt habe. Auch die Jungs in München schon. Das war überragend. Fipsi im Tor macht seinen Job richtig gut. Ich freue mich einfach riesig für ihn. Aus Straubinger Sicht gekämpft, ja, aber nicht vorbeigekommen an Fipsi Dietl, der im zweiten Start seinen zweiten Sieg feiert. Und damit ist in Straubing wohl ein kleiner, neuer Local Hero geboren. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.